Die Corona-Pandemie hat nicht nur gesundheitliche Folgen, auch die Nachhaltigkeit hat gelitten. Denn wenn wir coronabedingt noch mehr online einkaufen, dann produzieren wir auch mehr Verpackungsmüll. Und das hat Folgen für unsere Umwelt und für unser Leben. Laut dem Umweltbundesamt fallen in Deutschland knapp 20 Millionen Tonnen an Verpackungsmüll jährlich an. Mit einer seit Jahren ansteigenden Tendenz. Pro Kopf sind das knapp 250 Kilogramm pro Jahr. Fast die Hälfte dieser Müllmenge wird im privaten Endverbrauch erzeugt. Vielleicht denken Sie jetzt, dass wir durch Recyceln den Müll einer neuen Verwendung zufügen können, ganz im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Schließlich nutzen die meisten von uns den gelben Sack oder die gelbe Tonne für Plastikabfälle. Doch dem ist nicht so. Weniger als die Hälfte des Verpackungsmülls aus Kunststoff wird in Deutschland recycelt. Der Rest wird verbrannt und erzeugt Treibhausgase. Oder er landet auf einer Deponie oder findet als Exportware seinen Weg ins Ausland. Was können die Verbraucher also tun, um die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen und weiter anwachsende Müllberge zu bremsen? Hier kommt der nachhaltige Konsum ins Spiel. Nachhaltiger Konsum bedeutet, dass Verbraucher beim Kauf und bei der Nutzung von Produkten Umweltaspekte und soziale Aspekte berücksichtigen. Nachhaltiger Konsum betrifft dabei nicht nur den Kauf, sondern auch die Nutzung und die Entsorgung von Produkten im Alltag. Und ein wesentlicher Aspekt der Entsorgung von Produkten ist eben der damit verbundene Verpackungsmüll. Das Umweltbundesamt gibt hier die Richtung vor. Verpackungen sollten vermieden werden, bevor sie überhaupt anfallen. Mehrwegbecher etwa für Kaffee sollten die Regel werden. Und wer Essen mitnimmt, sollte das in Mehrwegbehältern tun können. Fastfood und sonstige To-go-Gastronomie sollte möglichst gemieden werden, wenn man dort kein unverpacktes Essen bekommen kann. Beim Kauf von Getränken, Joghurt und anderen Lebensmitteln im Supermarkt sollte man auf Mehrwegverpackungen setzen. Und zum Einkaufen sollte man seine wiederverwendbare Einkaufstasche mit dabei haben. Wenn es einen Unverpacktladen in der Nähe gibt, dann lohnt sich ein Besuch. Wir als Konsumenten haben es also in der Hand, wie viel Verpackungsmüll anfällt. Aber auch der Gesetzgeber handelt. Die Europäische Union fordert, dass bis Ende des Jahres 2025 65 Prozent aller Verpackungsabfälle recycelt werden. Und bis Ende 2030 sollen es dann 70 Prozent werden. Doch noch besser ist es, wenn der Verpackungsmüll gar nicht erst anfällt, indem wir ihn beim Kauf vermeiden. In diesem Sinne bleiben Sie engagiert und leben Sie nachhaltig.